Dr. K. Eine Kriminalgeschichte von Edgar Wallace An einem schönen, hellen Nachmittag verließ der Schnellzug nach Eastbourne den Victoria-Bahnhof. Mary Boyd saß in einem Abteil erster Klasse, aber sie hatte keinen Sinn für die Schönheit der Gegend und für den herrlichen Sonnenschein. Ebenso wenig sah sie ihren Mitreisenden. Fast eine Stunde lang war er in die Lektüre seiner Zeitung vertieft und schien sich nicht im Mindesten um die junge Dame zu kümmern. Als der Zug geräuschvoll durch Three Bridges fuhr, schaute sie zufällig auf und begegnete seinem Blick. Der Mann war schlank und hager, mochte etwa vierzig Jahre zählen. An den Schläfen waren seine Haare leicht ergraut, aber sonst war es tiefbraun. Er trug sie aus der Stirn zurückgebürstet. Im Übrigen sah er aus wie ein erfolgreicher Kaufmann. Sein Anzug verriet, dass er Geschmack besaß und sich mit Sorgfalt zu kleiden wusste. Mit einem Blick hatte sie sich ein Bild von ihm gemacht, von der Perlennadel in seiner Krawatte bis zu den Spitzen seiner tadellosen Lackschuhe. Und damit wäre wahrscheinlich auch ihr Interesse erloschen, wenn sie nicht durch den Blick der tiefen, dunklen Augen fasziniert worden wäre. Nur eine Sekunde schaute sie ihn an, dann errötete sie leicht und sah zum Fenster hinaus. »Sind Sie nicht Mrs. Boyd?« Seine Stimme klang tief und melodisch und hatte einen äußerst sympathischen Klang. Verwirrt sah sie ihn an und wusste nicht, was sie davon halten sollte. Argwohn, Verdacht, Scheu und Trotz drückten sich in ihrem Blick aus. »Ja, ich bin Mrs. Boyd«, sagte sie dann ruhig und überlegte, ob sie ihm schon einmal begegnet wäre. Sie konnte es sich kaum denken, denn sicher hätte sie sein ausdrucksvolles Gesicht nicht vergessen. »Ich bin Dr. K. vom Innenministerium«, stellte er sich vor. »Dr. K.?«, erwiderte sie überrascht. Sie erinnerte sich jetzt undeutlich an ihn. Frank musste den Namen öfter erwähnt haben. »Ich habe das Ende der Verhandlung nicht abgewartet«, fuhr er fort, »und eben den Spruch der Geschworenen in den Zeitungen gesucht. Es war doch...« Sie nickte und presste die Lippen aufeinander. Eine Träne blitzte in ihrem Auge. Bertram Boyd war gerade kein idealer Vater gewesen. Durch seine Schwäche hatte er sich seiner Familie immer mehr entfremdet. Seine Frau hatte aus Gram darüber einen frühen Tod gefunden, und doch hatte Mary Erinnerungen an ihre Jugend, die sie nicht missen mochte. Sie stammten aus der Zeit, in der er noch nicht getrunken hatte. Damals war er ein gutmütiger, freundlicher Mann gewesen, hatte sie als kleines Mädchen auf seinen Schultern durch den Garten getragen und mit ihr gespielt. Nun wusste sie auch, wo der Fremde sie gesehen hatte und woher er ihren Namen kannte. Bei dieser traurigen Verhandlung, bei der zwölf Geschäftsleute als Geschworene auftraten und sich dabei zu Tode langweilten, sollte festgestellt werden, auf welche Weise Colonel Bertram Boyd seinem Leben ein Ende gemacht hatte. Man konnte es ja schließlich verstehen, dass diese Leute es als reine Zeitvergeudung auffassten, denn ein entsetztes Mädchen hatte den alten Kolonel eines Morgens mit einer Gasvergiftung in der Küche gefunden, und zwar in dem Haus von Sir John Thorley, dem Schwager des Verstorbenen. »Ich habe der Verhandlung beigewohnt,« sagte der hagerdistungierte Herr. »Ich wundere mich nur. Ich weiß wohl, dass es Ihnen schmerzlich ist, wenn ich über diese Dinge spreche, aber vielleicht sagen Sie mir doch, ob Ihr Vater früher jemals die Absicht geäußert hat, seinem Leben ein Ende zu machen. Mir können Sie das ja ruhig sagen.« Sie zögerte, und er wusste sehr wohl, dass sie nicht mehr über die Tragödie sprechen wollte, die ihr Leben beschattete. Und doch waren seine Augen ebenso zwingend wie freundlich. Er schien tiefes Mitgefühl zu haben, aber dann sagte sie sich, dass er als Amtsarzt schon so viel erlebt und gesehen haben musste, dass ihm die einzelnen Fälle kaum noch nachgehen konnten. »Ja, manchmal. Er hat immer stark getrunken, und seit dem Tod meiner Tante, Sie wissen, der Lady Thorley, litt er sehr unter Depressionen. Deshalb hat ihn mein Onkel John zu sich in die Stadt genommen. Er hoffte, dass ein Wechsel der Umgebung und neue Lebensinteressen ihn vielleicht etwas ablenken könnten. Aber so viel ich weiß, hatte die neue Umgebung nicht den geringsten Einfluss auf ihn. Erst einen Tag vor der Katastrophe erhielt ich einen Brief von Sir John, in dem er mir mitteilte, dass sich mein armer Vater in seinem Wesen komplett geändert hätte.« Aber hat Ihr Vater Ihnen gegenüber jemals eine derartige Absicht geäußert? Hat er Ihnen einmal gesagt, »Ich bin lebensmüde« oder so etwas Ähnliches?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein.« Aber er hat es zu Onkel John gesagt. Das kam doch bei der Verhandlung deutlich zu Tage. Dr. K. schwieg. Er hatte sich in seine Ecke zurückgelehnt. Jetzt runzelte er die Stirn und sah zu Boden. »Ich wünschte, ich hätte die Verhandlung bis zu Ende gehört, aber unglücklicherweise hatte ich eine Verabredung und konnte deshalb nicht bleiben. Ist sonst noch etwas im Zimmer Ihres Vaters gefunden worden?« Wieder schienen sie nur ungern zu antworten. »Zwei Flaschen Whisky, eine war leer, die andere ging stark zur Neige.« »War er vollkommen angekleidet, als man ihn fand?« »Ja. Er hatte nur keine Straßenschuhe an. Schon früher am Abend hat er Hausschuhe angezogen. Der Kammerdiener Sir Johns hat ja als Zeuge ausgesagt, dass mein Vater in Pantoffeln am Tisch saß, als er ihn zuletzt in seinem Zimmer sah.« »Können Sie mir vielleicht sagen, welche Art von Hausschuhen er trug?« Sie machte eine müde Bewegung und er merkte wieder, dass ihr alle diese Fragen sehr unangenehm waren. »Einfache Pantoffeln, in die man hineinschlüpft und die hinten ganz offen sind. Tut mir sehr leid, Dr. K., dass ich unhöflich sein muss, aber ich möchte diese Unterhaltung nicht fortsetzen.« Er nickte ernst. »Ich verstehe Sie vollkommen, Miss Boyd. Glauben Sie mir bitte, dass ich nicht aus reiner Neugierde frage. Ich bin ja schließlich auch unverzeihlich aufdringlich, denn ich hätte alle diese Dinge selbst herausbringen können, ohne sie zu fragen. Übrigens kannte ich ihre Tante, sie war immer kränklich. Wenn ich mich recht entsinne, starb sie an Scharlachfieber. Es ging auch ein Gerede, dass sie einen Einbrecher so sehr erschreckt haben sollte. Wohnen Sie eigentlich in Eastbourne?« Sie erzählte ihm, dass ihr Vater dort ein großes Haus besaß, und nun sprach er begeistert über die landschaftlichen Schönheiten von Sussex. Er selbst stammte auch aus dieser Gegend, und für ihn gab es kein schöneres Land auf der weiten Welt. Früher einmal hatte ihm dort eine Villa gehört, aber sie war durch Feuer zerstört worden. »Haben Sie ihr Haus denn nicht wieder aufgebaut?« Er schüttelte den Kopf. »Nein. Diesmal gehe ich nach Eastbourne, weil ich dort zu tun habe.« Er sagte jedoch nichts weiter über den Zweck seines Besuches. Frank Hallwell, ein großer, hübscher Mann, erwartete Mary Boyd auf der Station, und in der Wiedersehensfreude vergaß sie ganz, sich von ihrem Reisebegleiter zu verabschieden. »Es war nicht recht von mir, Liebling, dass ich dich allein nach London fahren ließ,« sagte der junge Mann, als sie ihren Arm in den Seinen legte. »Ich hätte mich um dein Verbot nicht kümmern sollen. Gott sei Dank ist die unangenehme Verhandlung nun vorüber.« Sie seufzte. »Wir wollen nicht mehr darüber sprechen,« erwiderte sie. Dann sah sie Dr. K. noch einmal, als sich die Reisenden dem Ausgang zudrängten. »Kennst du ihn?« fragte sie interessiert. »Ich meine, den Mann dort. Er ist mit mir im selben Abteil gefahren.« Frank Hallwell folgte der Richtung ihres Blickes. »Ach ja, das ist Killer K.« »Killer K?«, wiederholte sie erstaunt. »Ich wusste wohl, dass er K heißt, aber warum nennt man ihn den Killer?« Frank war ein junger Rechtsanwalt, der augenblicklich bei der Staatsanwaltschaft arbeitete. Selbstverständlich kannte er den Arzt sehr gut. Sie nennen ihn im Innenministerium Killer, weil sie durch ihn mehr Leute an den Galgen bekommen haben, als sie durch drei andere tüchtige Detektive. Es gibt keinen Verbrecher in ganz England, dem er nicht unter diesem Namen bekannt ist. Er ist einer der größten Spezialisten, was Verbrechen und Verbrecher anbetrifft. Sie schauderte. »Ich vermute, dass er hierher gekommen ist, um den Mord an der Küste aufzuklären, über den alle Leute sprechen. Ich wünschte nur, ich hätte ihn getroffen«, fuhr begeistert fort. »Dann hätte ich dich vorgestellt.« »Aber Frank, bitte«, es tat ihm sofort leid. Er hat im Augenblick nicht an ihre trübe Stimmung gedacht. Frank Hallwell lebte mit seinem Vater in einem Haus, dessen Garten direkt an den des verstorbenen Kolonel Beutz grenzte. Er hatte den zweiten Abend nach ihrer Rückkehr mit ihr zusammen verbracht und trank gerade noch einen Whisky-Soda, als ihm der Mann gemeldet wurde, nachdem er die beiden letzten Tage vergeblich Ausschau gehalten hatte. »Das ist aber eine angenehme Überraschung«, sagte er und half dem Besucher, den Regenmantel abzulegen. Draußen im Kanal herrschte ein furchtbarer Sturm und der Regen wurde prasselnd gegen die dicht verhängten Fenster getrieben. »Ich wusste ja, dass Sie hier in der Gegend sind, und ich habe mich schon nach Ihnen umgesehen. Sie kamen mit Miss Boyd hierher. Ich bin mit ihr verlobt.« Killer K sah ihn freundlich an. »Wenn ich gewusst hätte, dass Sie der Verlobte Miss Boyd sind, hätte ich Sie schon vorgestern aufgesucht. Ich habe erst heute Abend davon erfahren.« Er begleitete Hallwell in dessen Arbeitszimmer, nahm eine der Zigarren, die ihm der junge Rechtsanwalt anbot und setzte sich dann bequem in den großen Lehnsessel. »Ihr Tod war nur ein Unfall«, sagte er. »Ich habe Versuche angestellt.« »Wen meinen Sie denn?«, fragte Frank erschreckt. »Ich meine das Mädchen an der Küste. Es tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe.« Kay lächelte über Franks Aufregung. Die Polizei hier war fest davon überzeugt, dass das Mädchen ermordet wurde. Der junge Mann, den Sie verhaftet haben, schwor, dass der Stein oben am Rand der Klippe fiel. »Niemand hat gesehen, dass Steine von der Klippe herunterfallen, aber es kommt tatsächlich vor. Vor einer Stunde wäre ich beinahe selbst von einem solchen Stein erschlagen worden. Es war ein Liebespaar, und die beiden hatten, wie sie glaubten, einen geschützten Platz am Fuß der Klippe gefunden. Das wurde für das junge Mädchen zur Todesursache.« »Also ist der junge Mann unschuldig? Zweifellos.« »Ich habe die Tote genau untersucht, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht mit Ihnen sprechen. Wie geht es denn, Sir John?« »Ach, meinen Sie Thorley? Hat man Ihnen erzählt, dass er krank war?« »Er kam heute Nachmittag. Der arme Mann ist furchtbar erschüttert durch diese ganzen traurigen Vorgänge.« Dr. Kay rauchte behaglich und hatte die Augen halb geschlossen. Er schien mit sich und der Umwelt vollkommen zufrieden zu sein. »Ich möchte Sir John gern einmal sprechen«, sagte er schließlich. »Ich glaube, er könnte verschiedene Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Tod Colonel Boyds aufklären. Sein Kammerdiener könnte es natürlich ebenso gut tun, aber ich ziehe es immer vor, direkt aus der Quelle zu schöpfen.« »Das wäre nicht schwer. Er ist auf ein oder zwei Tage nach Eastbourne gekommen, um die Vermögensangelegenheiten seines Schwagers zu regeln. Sir John ist sehr großzügig gewesen und hat Mary tausend Pfund vorgestreckt, sodass sie gut auskommen kann, bis die Vermögensaufnahme stattgefunden hat.« »Ach, Sie fragen, ob er reich ist? Ja. Ich halte ihn für sehr vermögend. Er hat ein großes Haus in der Stadt und ein Landgut in Worcester, außerdem noch eine Villa in Menton. Er trägt immer viel Geld bei sich, was ich für sehr unglück halte. So hat er zum Beispiel Mary bares Geld gegeben.« Killer K. richtete sich plötzlich in seinem Stuhl auf. Seine Augen leuchteten. »Was, Banknoten?« »Das ist ja großartig.« »Nun, wir werden weitersehen.« Am nächsten Abend ging er die lange Zufahrtsstraße zu dem Haus des verstorbenen Colonel Boyds entlang. Noch bevor der Hausmeister ihn anmelden konnte, kam Mary in die Halle, um ihn zu begrüßen. »Ich hatte keine Ahnung, dass ich mit einem so großen Mann zusammenreiste,« sagte sie und lächelte ihn an. »Ich habe meinem Onkel noch nichts über ihren Beruf gesagt. Er ist im Augenblick sehr angegriffen. Ich dachte, das könnte ihn vielleicht...« »Ja, der Meinung bin ich auch, Miss Boyd. Sie sind sehr vorsorglich. Sie haben jetzt natürlich sehr viel zu tun.« Sie nickte. »Sie mussten wohl viele Unterschriften leisten. Auch mussten andere Leute ihre Unterschriften als Zeugen bestätigen?« Sie nickte wieder. »Onkel John kann Rechtsanwälte nicht leiden. Morgen kommt mein Notar. Aber es gab verschiedene Dinge zu regeln, die meinen verstorbenen Vater betrafen und die wir um seines Andenkenswillens lieber unter uns abgemacht haben.« »Ich weiß allerdings nicht, wie ich dazu komme, Ihnen das zu erzählen.« Sie lachte ein wenig verliegen. »Bevor wir hineingehen, möchte ich Sie noch um einen Gefallen bitten.« Sie zog die Augenbrauen hoch. »Ich werde Ihnen gern einen Wunsch erfüllen, wenn ich kann.« »Versprechen Sie mir, mich telegrafisch zu benachrichtigen, welchen Zug Sie benutzen, wenn Sie das nächste Mal nach London kommen.« Sie starrte ihn verwundert an. »Aber warum denn?« »Wollen Sie es mir versprechen? Sie sagten doch eben, dass Sie mir gern einen Wunsch erfüllen würden, wenn Sie könnten.« »Ja, ich werde Ihnen telegrafieren, wenn es Ihnen Freude macht. Aber ich lasse kein Aber gelten,« erwiderte er gut gelaunt, und folgte er dann ins Wohnzimmer. Sir John Thorley war ein untersetzter Herr mit rotem Gesicht, weißem Schnurrbart und weißen Augenbrauen. Er sah aus wie ein strenger Oberst, der viele Jahre in Indien gedient hat, und sein Wesen war auch ziemlich hart und rau. »Ich freue mich, Sie zu sehen, Doktor,« sagte er. »Sie sind ein Freund des Jung Hallwell, hm?« Es war eine dumme Angewohnheit von ihm, dass er am Ende eines Satzes dieses »Hm« hinzufügte, denn dadurch verwandelte er unwillkürlich jedes Kompliment ins Gegenteil. Es hatte immer den Anschein, als ob er mit seinen Worten weitergegangen wäre, als er vorher beabsichtigt hatte, und als ob er seiner Meinung nach liebenswürdiger und freundlicher gewesen wäre, als es die Situation verlangte. Nachher schien er den Doktor völlig zu ignorieren und sprach nur mit seiner Nichte. »Es ist ein ziemlich großes Haus für ein junges Mädchen«, sagte er kopfschüttelnd. »Du würdest besser tun, eine Wohnung in der Stadt zu mieten oder ein paar Hotelzimmer zu nehmen. Leider kann ich dich nicht in meinem Haus einladen, das ist mir einfach unmöglich. Du verstehst schon, was ich meine. Aber hier darfst du auf keinen Fall allein bleiben.« »Warum denn nicht, Onkel John?« fragte sie beinahe belustigt. »Warum nicht, mein liebes Kind? Du würdest dich hier zu Tode fürchten. Erst ist deine Tante gestorben, nun noch dein lieber Vater. Nein, nein, das fällt auch dir auf die Nerven. Außerdem möchte ich dich gern in der Stadt wissen, sodass ich dich in meiner Nähe habe. Hm?« »Bei mir wurde doch früher einmal eingebrochen. Nein, ich weiß, wie das ist. Es ist besser, wenn du nicht allein sein musst.« »Durch den Schreck ist damals deine arme Tante umgekommen. Der Mann hat sie furchtbar erschreckt. Nachher ging es mit ihr zu Ende.« Gleich darauf verließ Mary das Zimmer und nun fand Dr. Kay die gewünschte Gelegenheit, eine Frage zu stellen. »Sir John, wo wurden eigentlich die Hausschuhe von Colonel Boyd gefunden?« Polly blinzelt ihn an. »Wo die Hausschuhe? Ich weiß nicht, was sie damit sagen wollen. Die waren noch in seinem Zimmer.« »Wo hätten sie denn sonst sein sollen?« »Hätte sie doch an den Füßen haben können?« erwiderte Killer Kay freundlich. »Soviel ich hörte, waren es weiche Pantoffeln und ich wundere mich, dass er sie ausgezogen hat.« »Mir ist das nicht aufgefallen.« Aber auf jeden Fall war der alte Boyd mehr oder weniger verrückt. Der Tochter habe ich das natürlich nicht gesagt, aber es besteht kein Zweifel, dass der Alte den Verstand verloren hatte. Es ist schließlich auch kein Wunder, wenn man so trinkt, wie er es tat. Es war geradezu schrecklich. Ich konnte ihn nicht davon abbringen. Er hat mir wirklich leid getan.« Er schüttelte den Kopf. Da kam Mary zurück und die Unterhaltung wandte sich einem anderen Thema zu. Am nächsten Morgen fuhr Killer Kay nach London und stellte verschiedene Nachforschungen an. Nachmittags verließ er die Hauptstadt mit dem Schnellzug nach Westen. Er hatte ein Ermächtigungsschreiben des Innenministeriums in der Tasche. Die Nacht brachte er in Plymouth zu und am nächsten Morgen fuhr er mit seinem Mietauto nach Princetown. Auf dem Gefängnishof ging eine Kolonne von Sträflingen im Kreise über den mit großen Steinplatten belegten Boden. Die Abstände zwischen den einzelnen Leuten betrugen gleichmäßig eineinviertel Meter. Meistens sahen sie stumpf vor sich hin, denn sie hatten sonst nichts zu beobachten. Die eine Seite des Hofes wurde von einer großen, eintönigen, grauen Mauer eingenommen, die andere durch die hässliche Gefängniskirche begrenzt, die mit schwarzem Teeranstrich versehen war, um die Mauern gegen die Witterung zu schützen. Die dritte Seite bildete eine etwas niedrigere Mauer und auf der vierten erhob sich der Flügel B der Strafanstalt mit dem gelb angestrichenen, mit Eisengittern versehenen Tor. An drei Stellen außerhalb des Kreises standen uniformierte Wärter. Sie schwiegen und beobachteten argwöhnisch die Gefangenen. Waffen trugen sie nicht, aber Gummiknüppel. Mit gleichmäßigen Schritten gingen die Leute im Kreis umher. Sie waren alle von der Sonne tief gebräunt und seit einigen Tagen nicht rasiert. Die Kleidung bestand aus schmutzig-gelb-grauem Tuch, um die Waden trugen sie Schürgermaschen. Die blau- und weißgestreiften Hemden standen am Hals offen. Als Kopfbedickung dienten schwarze Kappen, auf denen in ziemlich roher Steckerei Buchstaben angebracht waren. Die Tritte der schweren Stiefel verursachten ein melancholisches Geräusch, wenn sie im Gleichtakt über den Steinboden schleiften. »Hören Sie sofort auf zu reden da drüben!« Einer der Aufsichtsbeamten rief diese Worte scharf zu einem Gefangenen hinüber. Die Sträflinge in den gelb-grauen Anzügen machten erstaunt unschuldige Gesichter. »Halt!« Die Leute auf der rechten Seite sahen gleich, warum dieser Befehl gegeben wurde. Der Vizedirektor der Anstalt war in den Hof getreten, und es war Vorschrift, dass die Sträflinge nicht weitergehen durften, wenn der Gefängnisdirektor oder dessen Stellvertreter in der Nähe war. »Dreißig, Mann, alles in Ordnung«, meldete der Aufseher. Der älteste Wärter salutierte steif und militärisch. Aber es war nicht der Anblick des verhältnismäßig jungen Direktors in seinem leichten Mantel, der diese Aufregung unter den Gefangenen hervorrief, wenn sie sich auch nach außen hin nichts anmerken ließen. Seinen Begleiter starrten sie entsetzt an. »Killer K!« Von Mann zu Mann wurde der Name im Flüsterton durchgegeben, damit es alle erfuhren, selbst die, die dem Arzt den Rücken zuwandten. Sie kannten alle seinen Ruf, verschiedene hatten ihn schon früher gesehen oder kennengelernt. Auch wussten sie, dass er viele ihrer Kameraden bereits an den Galgen gebracht hatte. Er stand ruhig da und beobachtete den Kreis, während er sich mit der schmalen Hand das Kinn strich. Sein Gesichtsausdruck war düster. »Dort drüben ist Rich, Mann. Er steht in der Nähe des Wärters«, erklärte der Direktor, der durch das plötzliche Auftauchen K.s ebenso überrascht war wie die Sträflinge. »Ja, den muss ich sprechen«, der Direktor winkte dem betreffenden Wärter. »Bringen Sie den Gefangenen Nummer 367 zu Dr. K.« Der Arzt trat etwas beiseite. Gleich darauf kam der Gefangenen Nummer 367 zu ihm. Der Sträfling war ein wenig bleich geworden und wusste nicht recht, worum es sich handelte. Er war verhältnismäßig klein und hatte schon graue Haare. Dr. K. nickte dem Wärter zu und diese entfernte sich. »Ridge, Mann. Sie erinnern sich, dass Sie in das Haus Nummer 408 am Lounge Square einbrachen?« »Jawohl. Dafür habe ich die Strafe bekommen, die ich jetzt absitze.« »Ja, ich weiß. Können Sie sich noch an die Einzelheiten des Einbruchs erinnern? Sie stiegen durch ein Fenster ein und kamen in das Zimmer der Haushälterin.« »Ja, der Raum stand leer, weil sie zu Besuch auf dem Lande war. Die Tür nach dem Gang war geschlossen und ich musste sie mit einem Dietrich öffnen.« Dr. K. atmete erleichtert auf. Seine Augen glänzten. »Das wollte ich gerade wissen.« Die Tür war verschlossen. Es war nichts Wertvolles in dem Raum. Es war ein gewöhnliches Zimmer, in dem sonst eine Haushälterin zu logieren pflegte. Ein paar Nipsachen standen herum und ein paar Fotografien von Verwandten der Frau. Rich, Mann, wunderte sich, nickte aber. »War sonst nichts in dem Zimmer?«, fragte der Dr. weiter und sah den Mann scharf an. »Doch, ein Paket in rotem Papier.« »Lag es etwa auf dem Bett?« Dr. K. hatte die Frage so schnell und so scharf gestellt, dass Rich, Mann, einen Schritt zurück taumelte, als ob er von einem Schlag getroffen worden wäre. »Es lag noch eine Art weißes Überkleid dort?« »Nein, es sah mehr wie der Arbeitskittel eines Malers aus.« »Haben Sie auch Handschuhe gesehen?« K. sah den Mann erwartungsvoll an, während er dies fragte. »Ja, ich habe auch ein paar alte Handschuhe gesehen. Sie steckten in der Tasche des weißen Kittels.« Dr. K. rieb sich die Hände und lächelte sonderbar. »Es war das einzige Zimmer, in dem die Sachen sein konnten,« Rich, Mann. »Nun sagen Sie mir noch eins. War eine Aufschrift auf dem Paket oder eine aufgeklippte Adresse, sah es so aus, als ob die Sachen sorgfältig eingepackt werden, oder war es nur nachlässig zusammengepackt?« »Nein, es war sehr sorgfältig eingepackt und zusammengebunden. Aber die Adresse war abgekratzt worden. Ich habe das Paket nicht aufgemacht, weil ich auf Schmucksachen aus war. Ich wusste, dass Lady Thorley eine Menge Juwelen besaß.« »Es ist nicht wahr, was damals bei der Totenschau gesagt wurde. Ich habe sie nicht zu Tode geängstigt. Absichtlich bin ich nicht in ihr Zimmer gegangen, weil ich wusste, dass sie krank war und eine Pflegerin bei sich hatte. Außerdem war mir bekannt, dass die Schmucksachen in einem Safe in der Bibliothek aufbewahrt wurden. Als ich daran arbeitete, wurde ich von Sir John überrascht. Es war eine Dummheit von mir, ihn mit einem Sandsack niederzuschlagen. Ich wäre mit zwölf Monaten davongekommen und nun habe ich sieben Jahre, weil ich das getan habe. Aber es ist eine schwere Lüge, wenn die Leute behaupten, ich hätte etwas mit dem Tod von Lady Thorley zu tun. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass sie starb. Erst bei meinem Prozess habe ich davon erfahren.« »Danke Ihnen, Rich, Mann«, sagte Dr. K. »Vielleicht brauchen Sie nicht Ihre ganze Zeit abzusitzen. Ich will mal sehen, ob ich was für Sie tun kann.« Richman trat in den Kreis zurück und der Direktor ging mit seinem Besuch wieder in das Verwaltungsgebäude. »Haben Sie Ihren Zweck erreicht? Hat er Ihnen die gewünschten Auskünfte gegeben?« »Ja.« »Wie viele Morde werden wohl im Laufe eines Jahres begangen?« Der Direktor seien erstaunt an ungefähr 50, meinte er. Dr. K. lächelte. »Ja.« »50 werden von den Geschworenen verhandelt, aber soweit ich es beurteilen kann, liegt die Zahl der Morde zwischen 4 und 500. Es ist sehr schwer, sie wirklich zu schätzen. Sie hören immer nur von den Leuten, die einen Fehler gemacht haben, von Männern und Frauen, die ihre Opfer durch Anwendung von Gewalt ermordeten. Gewöhnlich sind das Verbrechen, die in der Aufregung begangen werden und infolgedessen auch leichter aufgeklärt werden können. Wenn zum Beispiel jemand einen anderen vergiftet und man findet nachher das Gift in seinem Besitz, dann ist sicher irgendwo ein Apotheker, Chemiker oder Druckist in der Nähe, der genauer sagen kann, auf welche Weise sich der Mann dieses Gift verschafft hat. Der betreffende Mörder wird natürlich unweigerlich vor Gericht behaupten, dass er das Gift gekauft hat, um Ratten zu töten oder einen Hund beiseite zu schaffen. Jemand ermordet zum Beispiel seine Frau, weil er eine andere liebt und wirft sie in einen Brunnen und so weiter. Wenn man nun die Mentalität dieser Leute prüft, dann sind 90% von ihnen ungebildete Menschen, die nicht viel wissen. Die großen Berichte über frühere Verbrechen, aus denen sie hätten lernen können, kennen sie nicht und sie wissen auch nicht, wie sie dazu gekommen sind. Wenn sie jemanden umbringen wollen, müssen sie das in ihrer eigenen primitiven Weise tun. Der Trieb, andere Leute zu ermorden, ist aber nicht allein auf die weniger gebildete Klasse beschränkt. Es werden noch andere Methoden angewandt, manche von ihnen sind so schlau erdacht, dass sie bisher jedem Versuch der Aufklärung hohen Sprachen. Wenn ich einen großen Leichenzug in den Straßen der Stadt beobachte, kommt mir häufig der Gedanke, in welchem der Wagen wohl der Mörder sitzen mag. Dr. K. sagte das alles so ernst, sodass der Direktor sein Lächeln unterdrückte. Sie wollen also damit sagen, dass auch das Morden schließlich zu einer hohen Kunst entwickelt wurde. Ja, der Mord in diesem Sinn ist eine Kunst, entgegnete Killer K. nachdenklich, und dabei ist die Sache doch so furchtbar einfach. Die Erziehung in den Schulen hat Kenntnisse von wissenschaftlichen Tatsachen unter vielen Millionen Menschen verbreitet, sodass Leute, die einen ihrer Mitmenschen ermorden wollen, nicht mehr zu Gift oder zum Beil zu greifen brauchen. Die Leute besitzen heutzutage Waffen, von denen sich ihre Großväter selbst im Traum nichts hätten vorstellen können. Wir wissen heute von Bakterien, die ein Menschenleben ebenso sicher zerstören wie ein Geschoss. Wir kennen Naturkräfte, die einen menschlichen Körper schneller vernichten können als Dolch oder Guillotine. Und meinen Sie, dass die Leute ihre Kenntnisse auch gebrauchen werden? Selbstverständlich tun sie das. Ein Mann, der weiß, dass die Polizei nach Fingerabdrücken sucht und dadurch den Nachweis der Täterschaft führen kann, hütet sich natürlich, derartige Spuren zu hinterlassen. Ein Giftmörder, dem die Tatsache bekannt ist, dass Arsen oder irgendein anderes metallisches Gift lange in dem Körper seines Opfers zurückbleibt, sodass man es selbst noch nach Jahren bei einer Exhumierung feststellen kann, wird Pflanzengifte wählen, um andere Menschen zu ermorden. Jemand, der sich von einem unliebsamen Partner befreien will, kann das alles so schlau und vorsorglich einrichten, dass ihm die Leute noch ihr Beileid ausdrücken. Der stellvertretende Direktor lächelte leicht. Man nennt mich den Killer, fuhr Dr. Kayford, und ich bin stolz auf diesen Namen. Ich bin vielmehr geneigt, schlechte Menschen aus diesem Leben zu entfernen, als ein Waisenhaus zu gründen. Die Jagd nach dem Verbrecher macht mir ein unheimliches Vergnügen. Wenn der Mann am Galgen und damit die Sache zu Ende ist, komme ich mir immer wie jemand vor, der sein Lebensziel verfehlt hat.« Der Direktor brachte ihn durch das große Eisengittertor. Dann blieb er noch stehen, bis er das Auto des Doktors nicht mehr sehen konnte. »Nur schade, dass die interessantesten Fälle, die Dr. Kay aufgeklärt hat, nicht nach Dartmoor eingeliefert werden,« sagte er später. Dr. Kay musste nach seiner Rückkehr nach London zwei Besuche machen. Im Somerset House suchte er nach bestimmten Akten. Dann besprach er in einer Waschanstalt vor. Was an diesen beiden Stellen erfuhr, befriedigte ihn außerordentlich. Der Rest des Tages brachte er in seinem Laboratorium zu und experimentierte mit gelöstem Arsen. Es war nahezu eine Woche nach der Abreise Sir Johns vergangen, als Mary Boyd plötzlich einen Brief von ihrem Onkel erhielt. Er bat sie darin, mit ihm in seinem Club zu Mittag zu speisen. Als sie im Zug saß, fiel ihr plötzlich ein, dass sie ihr Versprechen Dr. Kay gegenüber nicht gehalten hatte. Im Viktoria-Bahnhof verfehlte sie ihren Onkel und ging ruhelos in der Station auf und ab. Dabei kam sie auch in die Nähe des Telegrafenamts. Als sie die große Aufschrift las, fragte sie sich, ob sie Dr. Kay telegrafieren sollte oder nicht. Zuerst zögerte sie, denn es erschien ihr sonderbar. Sie war doch jetzt schon in der Stadt angekommen und sie hat ihm versprochen, ein Telegramm zu senden, bevor sie ist, Born verließ. Jetzt hat es doch sicher wenig Zweck, ihm noch mitzuteilen, wann der Zug hier ankommen werde. Sie wollte gerade gehen, als sie aus einem unerklärten Grund doch noch den Entschluss fasste, den Arzt zu benachrichtigen. Sie trat in das Postamt und schrieb auf ein Telegrammformular. »Bin in der Stadt und speise im Regal Club zu Mittag. Mary Boyd.« Sobald sie das Telegramm abgesandt hatte, bedauerte sie ihre Handlungsweise und als sie kurz darauf Sir John traf, sieht sie sich vertöricht und albern. »Hallo, mein liebes Kind. Beinahe hätte ich dich verfehlt. An wen hast du denn telegrafiert?« »An die Haushälterin. Ich wollte ihr nur mitteilen, um welche Zeit ich nach Eastbourne zurückkomme.« Es war ihr furchtbar, dass sie lügen musste, aber die Wahrheit konnte sie ihm doch unmöglich erklären. Wenn sie ihm das gesagt hätte, würde sie geradezu vor unzurechnungsfähig gehalten haben. »Wie ist es? Hast du deinen Rechtsanwalt aufgesucht?« »Hoffentlich hast du ihm nichts von dem Jugendstreich deines Vaters erzählt.« Sie schüttelte den Kopf. Als sie Whitehall entlang fuhren, überlegte sie, in welchem dieser großen, düsteren Gebäude wohl das Büro Dr. Case liegen mochte. »Ja, Jugend kennt keine Tugend. Das wird immer so bleiben,« erklärte Sir John. »Wenn dein Vater schließlich auch eine Liebesaffäre in seiner Jugend hatte, so ist es doch besser. Wir teilen den Rechtsanwälten darüber nichts mit. Die kümmern sich zu viel um Angelegenheiten, die sie nichts angehen.« Sie war nicht in der Stimmung, die Jugendsünden ihres Vaters mit ihm zu besprechen. Sie war damit zufrieden, dass sie die Urkunde unterzeichnet hatte, die der betreffenden Frau eine kleine Rente sicherte. Damals hatte sie ein paar unangenehme Minuten durchlebt, als sie erfuhr, dass das Dokument von zwei ihrer Dienstboten als Zeugen gegengezeichnet sein musste. Aber Sir John hatte ihr die Versicherung gegeben, dass das absolut notwendig sei und dass die Dienstboten doch den Inhalt des Schreibens nicht zu lesen brauchten. Selbst sie hatte das Schriftstück nicht noch einmal durchgesehen, nachdem sie doch den Inhalt des aufgesetzten Textes genau kannte. »Also, hier sind wir am Ziel«, sagte er und half ihr beim Aussteigen vor dem Eingang des Regal Clubs. Das Menü war glänzend zusammengestellt, denn Sir John Thorley war ein Feinschmecker. Beim Nachtisch unterhielten sie sich angeregt und schließlich wurde der Kaffee serviert. »Nimm keinen Zucker«, sagte Sir John plötzlich. »Das macht nur unnötig korpulent.« Sie lächelte nachsichtig, als sie eine Saccharin-Tablette über den Tisch zuschob. »Danke, Onkel John. Ich glaube allerdings kaum, dass ich die Veranlagung habe, viel Fett anzusetzen, aber...« Sie hielt die weiße Tablette zwischen Daumen und Zeigefinger über ihrer Kaffeetasse. Im nächsten Augenblick hätte sie die Tablette in den Kaffee geworfen, wenn nicht. »Entschuldigen Sie vielmals!« Eine Hand tauchte plötzlich unter der Iren auf und Mary ließ die Tablette hineinfallen. Erschreckt wandte sie sich und sah das lächelnde Gesicht Dr. Kays. »Seien Sie doch so gut und gehen Sie ein Augen zu Frank Hallwell. Er sitzt dort drüben an dem Fenstertisch«, sagte er freundlich. »Zum Teufel, was soll das bedeuten?« fuhr ihn Sir John wütend an und wurde dunkelrot im Gesicht. Aber Killer K antwortete nicht, bis Mary nach einem ängstlichen Blick auf die beiden Herren den Tisch verlassen hatte. »Ich erspar mir eine ganze Reihe von Unannehmlichkeiten dadurch, dass ich mir die Tablette beschafft habe«, erwiderte Dr. K in der liebenswürdigsten Art und Weise. »Sonst hätte ich den Inhalt der Tasse in eine Flasche füllen müssen und hätte dadurch die Aufmerksamkeit aller anderen Gäste auf mich gelenkt. Wollen Sie mir bitte sagen«, Sir Johns Stimme war heißer und unsicher. »Kommen Sie mit!« Kays Worte klangen wie ein Befehl und Sir John folgte dem Arzt ohne weiteren Protest. In der Eingangshalle des Clubs saßen zwei Herren, als ob sie auf jemand warteten. Sie erhoben sich, als sie den Doktor sahen und gingen auf ihn zu. »Hier ist Ihr Gefangener«, sagte Kays zu dem Polizeiinspektor. »Ich beschuldige ihn des vorsätzlichen Mordes, begangen an Isabel Alice Thorley, ebenso des Mordes an Bertram James Boyd.« »Sir John Thorley war weit davon entfernt, ein Millionär zu sein«, sagte Dr. Kays zu Frank Hallwell, als sie zusammensaßen und rauchten. Im Er ist äußerst arm, seine Ehe war unglücklich, die Frau besaß allerdings ein großes Vermögen. Sie hatte, ohne dass er es wusste, ein Testament aufgesetzt, in dem sie ihr ganzes Vermögen ihrem Bruder vermachte. Thorley war früher Direktor des Hospitals in Wormwood. Dort hat sich die Gewohnheit herausgebildet, die Bettwäsche aller Patienten, die an einer ansteckenden Krankheit litten, an eine bestimmte Waschanstalt zu schicken. Es besteht die Vorschrift, dass diese Wäschestücke in rotem Papier verpackt werden, und sie kommen dann, wie sie sind, mit dem Papier in einen Desinfektionsapparat, bevor sie gewaschen und gereinigt werden können. Drei Tage, bevor Lady Thorley an Scharlachfieber erkrankte, machte er einen Besuch in dem Hospital und hielt seinen Wagen, den er selbst steuerte, unter dem offenen Fenster des Raumes an, in dem die infizierte Wäsche aufbewahrt wurde. Ohne Begleitung machte er einen Rundgang durch die Anstalt, und ich habe feststellen können, dass er auch in den Aufbewahrungsraum für schmutzige Wäsche ging. Später wurde ein Paket Kissenbezüge vermisst, aber damals legte man der Entdeckung keinen weiteren Wert bei. Er hat das Paket natürlich durch das offene Fenster in seinen Wagen geworfen. Lady Thorley starb an heftigem Scharlachfieber, und es besteht kein Zweifel, dass Sir John in Abwesenheit der Krankenschwester das Kissen seiner Frau mit einem der infizierten Wäschestücke bezogen hat. Als er dann später herausfand, dass der Bruder des Verstorbenen das Geld erbte, tötete er auch Beut. Er sorgte dafür, dass der Kolonel sich heftig betrank, steppte ihn mitten in der Nacht die Treppe hinunter, arrangierte alles und täuschte einen Selbstmord vor. Unglücklicherweise trug aber Kolonel Beut lose Pantoffeln, die im Schlafzimmer auf den Boden fielen, als er ihn aufhob. Später fand man sie ordentlich zusammengestellt am Fußende des Bettes. Nun sind aber Selbstmörder nicht so ordentlich veranlagt. »Haben Sie die Saccharin-Tablette untersucht?« fragte Frank leise. Killer Kay nickte. »Wenn Mary Boyd den Kaffee getrunken hätte, wäre sie heute Morgen gestorben. Und die Ärzte hätten wahrscheinlich irgendeine andere Diagnose gegeben, denn das Gift war so schlau ausgesucht, dass man es kaum nachweisen kann.« »Aber warum wollte er sie denn umbringen? Das Geld wäre doch nicht an ihn gegangen, sondern an ihren Vetter in Kanada?« Dr. Kay lächelte grimmig. Sie hat ein Testament zugunsten Thorleys unterschrieben. Sie wusste selbst nicht, dass es sich um ein Testament handelte. Sir John gab ihr ein Schriftstück. Irgendeine Frau wurde in eine Rente aus der Erbschaft ihres Vaters zugesichert. Das Schriftstück, das sie aber später unterschrieb und das in ihrer Gegenwart von zwei weiteren Zeugen unterzeichnet wurde, war ein Testament, in dem sie ihr Vermögen Sir John Thorley vermachte. Die Schuld ihres Onkels ist vollkommen einwandfrei bewiesen, und er kommt an den Galgen, wenn er nicht vorher vor Furcht stirbt. Aber es geschah weder das eine noch das andere. Als die Gefängniswärter Sir John Thorley durchsuchten, übersahen sie eine kleine graue Tablette, die er in einer Westentasche bei sich trug. In der nächsten Nacht wurde er in seiner Zelle tot aufgefunden.